Hallo liebe Fußballfreunde, das Champions-League-Achtelfinale hinspielen mit dem FC Bayern München zu Hause gegen Lazio Rom, die Bundesliga gegen die Serie A. Dann schauen wir uns mal die Abschlusstabelle der Champions-League-Gruppenphase beider Teams an. Bayern hat fünf ihrer sechs Spiele gewonnen und dabei ein Unentschieden gespielt. Lazio Rom wurde Zweiter in der Gruppe, Gruppenerster wurde Atletico Madrid und Lazio selber hat drei Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Dann schauen wir uns auch von beiden Teams das letzte Ligaspiel an. Ja, da hat der FC Bayern am Samstag das Bundesliga-Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen klar mit 3 zu 0 verloren und da auch mannschaftlich sehr schlecht aufgestellt gewesen, ohne Chance in diesem Topspiel bei Leverkusen. Dann kommen wir zu Lazio Rom. Ja, Lazio Rom, derzeit Siebter in der Serie A, hat bei Cagliari mit 3 zu 1 gewonnen. So, liebe Fußballfreunde, dann kommen wir zu den erfolgreichsten Torjäger beider Teams. Natürlich beim FC Bayern in der Bundesliga, in der Champions-League-Hurricane. In der Bundesliga 24 Tore, in der Champions-League 4 Tore für Harry Kane vom FC Bayern. Ja, und weil Lazio Rom der erfolgreiste Torschütze ist, ein alter bekannte Haustal Bundesliga vom BVB Immobile in der Serie A sechs Saisontore. Dazu drei Tore in der aktuellen Champions-League-Saison. Dann schauen wir uns mal die möglichen Aufstellungen beider Teams für das Champions-League-Achtelfinale an. Einmal von Bayern München und natürlich Lazio Rom. Ich gehe davon aus, dass Tuchel jetzt wieder vom FC Bayern zur alten Mannschaftsaufstellung zurückkehren wird mit einem 4-4-2 bzw. mit Müller als offensiver Mittelfeldspieler. Weil das in Leverkusen, das war einmal gar nichts und das kann jetzt auch nicht FC Bayern-like sein. Weil weder defensiv oder auch gerade offensiv kam gegen Leverkusen gar nichts. Und das muss Tuchel jetzt auch wieder ändern und ich gehe davon aus, dass er auch wieder auf seine Stammspieler wie ein Kimmich, obwohl Pavlovich natürlich die letzten Spiele super gespielt hat, aber Kimmich wieder in die Mannschaft kommt. So wie auch Müller, da gehe ich davon aus, dass Mosella links spielen wird. Comane ist immer noch und leider verletzt. Rechts natürlich Sané, der zwar jetzt auch nicht gut gespielt, aber er ist immer da für gute Pässe, Superpässe und auch Tore. Und im Sturm natürlich mit Harry Kane. Lazio Rom selber kann bis auf Patric und Zaccani auf die beste Mannschaft setzen im Achtelfinale zwischen Bayern und Lazio. Dann schauen wir uns auch nochmal die sechs letzten Champions-League-Spiele beider Teams an. Wie gesagt, Bayern insgesamt fünf Siege, einmal unentschieden und Lazio Rom ist einmal verloren, dreimal gewonnen, ein unentschieden. Und auch die letzten sechs letzten Ligaspielen beider Teams. Und für mich ist das Wichtigste für eine Prognose die letzten sechs Spiele und da ist Bayern in der Bundesliga mit zweimal verloren, aber vier Siegen. Natürlich Favorit gegen Lazio Rom in diesem Achtelfinale der Champions League. Ja, Lazio Rom das letzte Spiel in der Serie A gewonnen. Dazu halt eine Niederlage, ein Unentschieden, ein Spiel wurde abgesagt und davor die letzten zwei Spiele gewonnen gab. Die letzten Partien gegeneinander war auch in der Champions League ebenfalls im Achtelfinale. Und da hat Bayern München klar zweimal gewonnen, einmal mit 2 zu 1 und 4 zu 1 auswärts bei Lazio. So, liebe Fußballfreunde, dann kommen wir zu meinem Tipp für den FC Bayern München gegen Lazio Rom im Achtelfinale der Champions League. Ich tippe dann doch ein 2 zu 1 knappes, aber ein 2 zu 1 Heimsieg vom FC Bayern gegen Lazio. Was ist euer Tipp? Schreibt euren Tipp für Bayern gegen Lazio in die Kommentare. Ja, liebe Fußballfreunde, hat's euch Spaß gemacht, dann danke ich für ein Like und ich danke für ein Abo für Wernas Fußballecke. Verpasst auch meine anderen Fußballvideos nicht, dann viel Spaß noch, bis dann, tschüss.